Hi, ich bin Marti Fischer und ich zeige euch jetzt meinen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich bin im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten. Das ist eine Sendung, die ist im ZDF und draußen. Und es ist eine tolle Show. Also auf jeden Fall, das hier ist Andrea Kiewel, das ist die Moderatorin vom Fernsehgarten. Und so sieht das da aus, das ist in Mainz auf dem Lerchenberg. Ich bin da gewesen, um ein bisschen über Barbaras Rhabarbar zu sprechen, aber vor allen Dingen auch, um meine 5-Styles-Künste dort zu zeigen. Und da habe ich Folgendes vorbereitet. 3, 2, 1. Das war so vergriffen am Anfang. Das ist das Gänsehaut, das ist es. Ja, und die treibe ich euch jetzt allen aus. Nämlich habe ich mich gefragt, wie würde dieser Song, dieser wunderbare Song klingen, wenn ihn eine Country-Band gemacht hätte. Wir haben zuerst mal so ein richtig fies, schnelles Schlagzeug. Da haben die schon mitgeklatscht. Und dazu kommt ein Bass. Ey, das ist so geil. Richtig gute Stimmung. Permanent, von vorne bis hinten. Na ja, erst mal. Eine Gitarre. Und noch mehr Gitarre. Die wollen den. Die waren so gut, ey. Oh, jetzt schnell. Hat man fast gar nicht gesehen, dass es eigentlich Playback gewesen ist. Und natürlich, natürlich noch diese furchtbar knödelige Country-Stimme. Wie kann das nur passieren? Da muss natürlich, dass ich das vergessen habe. Ist eigentlich schon strafbar. Aber egal, wir gucken mal weiter. Yes! Country! Da sage ich sehr oft Yes in diesem Beitrag. Die nächste Version, die wird Sie umhauen. Denn ich sage Ihnen, hätten Sie jemals gedacht, dass auch Metallica gut klingt mit Feel von Robbie Williams. Hier sind die Drums. Das Schlagzeug. Also sowas da. Jawohl, da wird draufgehauen. Auch hier wieder Gitarren. Aber diesmal. Also voll geil. Also ich weiß nicht, was Sie hier ist. Aber hier haben wir auf jeden Fall so ein Majestix, glaube ich, soll das sein. Den Rest kennen Sie. Und auch hier wieder Gitarren. Aber diesmal mit Distortion. Und das Wichtigste hier. Der Bass. Das war auch so ein echt knappes Zeitfenster, muss ich sagen, für mich. Habe ich im Vorhinein gesagt bekommen, mach es bitte noch etwas kürzer. Denn wir hängen ein bisschen. Und da muss ja die Show pünktlich wieder aufhören, damit die nächste Show pünktlich beginnen kann. So ist das im Fernsehen. Wenn wir hier im Internet streamen, ist das etwas ganz anderes. Aber da, da kreist der Hammer, wenn man sich nicht an die Zeiten hält. Oh geil, warte mal. Sie ist Shigo. Shigo. Boah, das ist auch so ein guter Charakter, ey. Und ein Wario. Boah, das war so eine geile Stimmung. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich klinge wie James Hetfield, der Sänger von Metallica. Äh, klick, klick, klick. Und hier kommt es schon. I just wanna feel, real love, feel the home that I live in. Ja, sicher, Jäger, alle mit der Poppeskarte. Schätze mal, meine Stimme überschlägt sich jetzt. I can't get enough. Ja, natürlich. Metallica. Ja, wieder yes. Schöne Grüße. So ein bisschen. Und natürlich habe ich hier was für Sie noch mitgebracht. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Dazu muss man wissen, am Vorabend dieser Live-Übertragung habe ich Otto die Zweite gehört. Also dieses Live-Programm von Otto Walkes. Und da hört man jetzt. Ein Lied mit dem Titel. Ja, und da fiel mir nichts ein. Ja. Äh, viel. Und zwar als Schlager-Version. Als Disco-Fox-Version. Und ich bitte nun spezielle Aufmerksamkeit dem Schlagzeug zu widmen, denn es wird Sie von den Stühlen hauen. Ich weiß es jetzt schon. Jawoll! So, die stehen schon, aber ey, die sind dann wirklich aufgestanden. Hey! Und natürlich, folgt ein Petri-Gitarren. Also ich muss mal ganz kurz eine Lanze für diesen Schlager brechen oder für diese Schlager-Rock-Abteilung. Es ist ja so geil, wie das einfach am Stampfen ist. Es ist so ein simples Mittel, aber es funktioniert so, so gut. Mega! Ha! Die Freude, die ich da habe, ist nicht gespielt. Das sind meine wahren Emotionen gewesen da in dem Moment. Und natürlich ganz viel... Vor allem, also guck dir an, die Leute stehen auf, die sind am Lachen. Und das Wichtigste! Das Wichtigste! Das Klavier! Das Wichtigste! Es ist toll! Das ist der Wolfgang-Petri-Gedächtnis-Sound. Das ist auch wieder dieser Klavier-Sound. Magische Zusammenklänge! Das ist der Wolfgang-Petri-Gedächtnis-Sound. Und das ist der Wolfgang-Petri-Gedächtnis-Sound. Das ist der Wolfgang-Petri-Gedächtnis-Sound. Und das ist der Wolfgang-Petri-Gedächtnis-Sound. Und natürlich Gesang, weil wir wollen ja auch alle mitsingen wie der Teufel. Und da habe ich eine kleine Aufgabe für Sie. Ich weiß, Sie schaffen das. Sie müssen, wenn ich aufhöre zu singen, dann gebe ich Ihnen ein Zeichen. Sie machen U, A, so wie vorhin. Nun kommt es. Der Schlagerfänger, auch ganz wichtig. Also ein Hammer. Und Sie haben es von selber nochmal gemacht, weil ich es da vergessen habe anzusagen. Hui. Die Bremse, danke schön. Marty Fischer. Da habe ich noch was anderes vorbereitet. Ich habe da, wahrscheinlich wird es da vielleicht nochmal erklärt, ich habe irgendwelche Popsongs genommen aus den 2000er. Das war die 2000er-Motto-Party da im Fernsehgarten. Und die habe ich dann in irgendwelche anderen Styles gewuselt. Sie mussten erraten, aufgrund von der Instrumentalversion, die ich da gemacht habe, um welchen Song es sich handelt. Aber bitte den Titel ausschreiben und nicht nur den ersten Buchstaben. Schreibt ihr auch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was da gleich kommt. Marty, bist du bereit? Let's go. Oasis Britpop. Das ist natürlich nicht die Lösung. Das, was Sie sagen sollen. Sie haben ein unsichtbares Cello natürlich auch immer dabei. Leider ein bisschen zu spät. Ich habe natürlich vergessen, dass ihr natürlich das ganze Publikum nixingt. Boca Face ist richtig. Zwei Punkte für Björn. Habt mir so eine Mühe gegeben. Und die quaken da drüber. Für den nächsten Song gibt es vier Punkte. Okay. Ja, sicher. Und der ist im Modern Talking Style. Gut. So sieht es aus. Let's go, Marty. Gucken, ob ihr drauf kommt. Haha. Aber klingt schon geil. So als Modern Talking. Blue System isn't my bad, it's too big. Das ist natürlich auch nicht der Titel. Ah, okay. Jörn und Marc sind wieder ein bisschen schneller gewesen. Und Crazy von Niles Barkley ist natürlich absolut richtig. Also Niles Barkley, Crazy, nach wie vor absoluter Super. Das nächste Lied kennt ihr auf jeden Fall alle. Basiert übrigens auf dem Sample eines Western-Soundtracks, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Western-Soundtrack ist. Aber auf jeden Fall ist es ein Sample. Aber geil gemacht. Allerdings kennt ihr es nicht in der Marty Fischer-Bossa-Nova-Edition. Oh, da bin ich gespannt. Das wird lustig jetzt. Man sieht zum Glück überhaupt nicht, dass ich überhaupt keinen Saxophon spielen kann. Nein. Oh, das ist schön. Durch den Mansohn, das freut ich gerne ein bisschen mit dir. Durch den Mansohn, durch den Mansohn, oder? Jawohl. Alter, ihr seid so gut. Wahnsinn. Dan an Mause. Sonja Kraus kann es nicht fassen. Ja, das ist auch sehr leicht. Schon wieder Yes. Die lebende Cartoon-Figur, eben. Also habe ich die falsche Tonart genommen. Naja, egal. Das war mein Auftritt im Fernsehgarten. Es war eine einzige Party. Vielen Dank nochmal an alle, die sehr, sehr nett da zu mir waren. Also es waren alle nett zu mir. So kann man es stehen lassen. Und ich komme sehr gerne wieder in den Fernsehgarten. Falls ihr das seht, liebe Grüße. Abonniert diesen Channel. Liked das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mit etwas sehr, sehr Schönem. Es war wirklich sehr, sehr schön. Auf Wiedersehen.